Ulyana Semyonova London, New York, Sehnsuchtsorte Es erfordert schon einen hohen Preis, wenn man im alten System Leistungssport betrieben hat Ich kenne keinen, der nicht krank ist Bei mir sind es die Beine und der Rücken Der Rücken, weil man immer vornüber gebeugt ist Und die Beine, weil sie da immer reinspringen Es tut immer irgendwo weh, immer Aber daran denkst du nicht, wenn du aktiv bist Daran denkst du nicht Die Pokale kümmern Ulyana kaum noch Nur eine Auszeichnung hat Bedeutung 1992 wurde sie als erste Europäerin in die Basketball Hall of Fame in den USA aufgenommen In dem Pantheon des Basketball Und vor 10.000 Ehrengästen bekam sie einen Ehrenring Das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn ich diesen Ring trage Meine Hand wird dann plötzlich ganz schwer Und ich habe Angst, damit herumzugehen Aber mein Herz jubelt Denn auch wenn ich einmal sterbe Das wird doch bleiben von mir Und die Leute werden wissen, dass es mich gegeben hat Und dann macht sich Ulyana Semjonova wieder auf den Weg zu ihrem Park Sie hat noch Termine, hat sie gesagt Sie sei eine Frau mit vielen Verpflichtungen Ist das Leben schwer ohne den Sport? Ja, sagt sie Aber sie hat nochmal neue Kraft bekommen Die braucht man hier Und einen langen Atem Ich habe gefordert